Als Hobby-Wirtschaftswissenschaftler stellen wir manchmal die Frage, wo kommt das Geld her? Also jetzt nicht, wo kommt mein persönliches Geld her, das weiß ich, das habe ich mir verdient durch Arbeit, aber wo kommt das Geld an sich her, also sprich, wer macht das Geld? Und wir haben in der Schule ja gelernt, wer das Geld macht, das macht die Nationalbank, glaube ich, haben wir irgendwann einmal gelernt. Und dann wird es, glaube ich, gedruckt in der Staatsdruckerei oder irgend sowas. Jetzt haben meine Forschung aber etwas anderes ergeben, das Geld macht der Wimmer Herbert. Ich brauche jetzt nicht so schauen, das Geld macht der Wimmer Bertl. Okay, kann ich erklären, wenn ich ein Motorrad habe, dann kann es passieren, dass ich ein Motorrad nicht mehr benötige, weil es für mich keinen Wert hat, was mache ich, ich schreibe aber viel haben wir da, eine Privat-Annunze, verkaufe das Motor, sagen wir um 10.000 Euro. Dauert nicht lang, ruft dann an, sagt er, möchtest das Motor anschauen? So, ja, kommst vorbei, schaust das an, ist kein Problem. Der kommt, ein junger Bub, ist motiviert, mit dem Anhänger, mit dem Auto, schaut das Motor an, sagt, super, passt, wenige Kilometer um, gepflegte Sache, Herr Thüringer, machen Sie mir noch Unterschrift auf den Tank, vielleicht Autogramm mit Lackstift, sage ich, ja, kein Problem, macht der Unterschrift, und dann fragt er, was machen wir mit dem Preis? Und ich sage, nix, sagt er, wieso, sage ich, weil du mit dem Anhänger gekommen bist, also du bist geil auf diesem Motorrad, du hast jetzt keinen Verhandlungsspielraum mehr, d.h. der hat jetzt etwas gelernt, gratis, ich verrechere ihm das nicht, d.h. der nennt das Motorrad, lats auf, ich habe 10.000 Euro, was, glauben Sie, mache ich jetzt mit den 10.000 Euro? Soll ich es eingraben, im Garten, soll ich es ins Laufhaus tragen, ins Casino, nein, ich fahre eben zum Wimmerbertl, meinem persönlichen Bankbetreuer, bei meiner Bank, und sage, da hast du die 10.000 Euro, legen wir die bitte auf mein Konto, der nimmt die 10.000 Euro, legt es in seine Lade und gibt mir einen Zettel, das nennt man Kontoauszug, da steht, ich habe einen Plus von 10.000 Euro, und das ist super, weil ich weiß, der Wimmerbertl passt auf jetzt auf mein Geld auf, das ist okay für mich, und jetzt passiert aber etwas, was nicht geplant ist, und das ist eben immer das, was oft die Dinge verändert, nämlich die Dinge, die nicht geplant sind, der Bub kommt heim mit dem Motorradl, lädt es daheim an, sein Vater sieht das Motorradl und sagt, sag mal, bist du wo angereinend am Motorradl, du hast mir gesagt, die 10.000 Euro sind für Möwen, und jetzt hat der Bub ein Problem, weil der Vater will das Geld zurück, was macht er? Er geht zum Wimmerbertl, genau, zu meinem Bankberater, ob der jetzt anders heißt, denn sein Bankberater ist vollkommen egal, er hat halt bei der gleichen Bank das Konto, und sagt, er braucht 10.000 Euro, der sagt, ja, ist in Ordnung, können sie haben, lasst ihm einen Kreditvertrag unterschreiben, greift den Slalom, gibt ihm meine 10.000 Euro, und der Bub fährt und gibt es den Vaterl. Jetzt hat der die 10.000 Euro, und ich habe einen Kontoauszug, wo steht, ich habe auch 10.000 Euro beim Wimmerbertl. Und meine Frage ist jetzt, wo kommen die zweiten 10.000 Euro her, die es gerade vorher eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Wo kommen die her? Der Wimmerbertl braucht zum Eintippen in einen Computer, und schon sind sie da. Und das eigentlich nennt man normalerweise Betrug, oder? Glaube ich schon. Und wenn sie sich jetzt für vollkommen überzogen halten, was ich da gerade sage, dann gehen sie einmal auf ihre Bank und lassen sie ihnen ihren Bauspervertrag zeigen, oder ihre Lebensversicherung, ihre Pensionsvorsorge, sagen sie, zeigen sie mir das, ja, legen sie mir das in Scheinern hin, ich möchte das jetzt sehen. Und wenn sie ja Glück haben, und er legt ihnen wirklich was hin, nehmen sie es. Bitte nehmen sie es, poken sie es in den Nylonsageln und rennen sie. Rennen sie es, so schnell sie können, und machen sie was Sinnvolles damit. Jetzt hätten sie die Möglichkeit, ja, sie hätten es zum Beispiel, ja, bitte. Der Gast ist schon da. Ja, danke, ja, aber das ist eben die Frage, was ist eigentlich was Sinnvolles mit einem Geld heutzutage, ja? Das weiß ich natürlich nicht, weil ich eben kein wirklicher Finanzexperte bin. Der wirkliche Finanzexperte ist Herr Dirk Müller. Heute unser Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen, Mr. Dax, das hat sicher nicht er erfunden, diesen blöden Namen, das hat irgendwer anderer erfunden. Und der kann uns sicher sagen, was sinnvoll ist, dass man heute mit seinem Geld macht, falls man noch eins hat. Wenn man keins mehr hat, muss man sich eh nicht überlegen, was man damit macht. Also ich zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt Marmeladenproduzent wäre, würde ich jetzt neue Marmeladengläser kaufen, damit ich weiter Marmelade produzieren kann. Wenn ich Tischler bin, würde ich mir jetzt viel Holz kaufen momentan. Wenn ich Friseur bin, würde ich mir Scheren kaufen, ganz teure, die besten Scheren in Japan, damit ich weiter Haare schneiden kann. Wenn ich jetzt jemand bin, der nichts produziert, dann müsste es jetzt jemanden geben, der etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft produziert. Die gibt es ja, als Unternehmer. Du sagst, hey, tu du weiter mit meinem Geld, das ist sinnvoll. Und wenn ich das nicht möchte, dann gebe ich es jetzt ganz einfach aus. Aber nicht für Industriegerümpel, sondern für sinnvolle Dinge. Zigaretten, Kaffee, Schnaps. Nicht jetzt für mich zum Verbrauchen, sondern das dann, falls das Geld nichts mehr wert ist, ich was habe zum Tauschen. Ist auch sinnvoll eigentlich. Für was ich das Geld nicht ausgeben würde, das können Sie sich jetzt gleich anschauen. Entspannen Sie sich, schauen Sie sich die Werbung an. Dafür gibt man wirklich kein Geld aus. Zumindest kein Geld, für das man arbeiten hat müssen. Aber auch kein Geld, das man sich ausgeborgt hat. Weil Geld ausgeben, was man sich ausgeborgt hat, das sollte man gar nicht machen. Weil das ist ja dann nur mehr Gaga, weil man es ja zurückzahlen muss. Ist so. Glauben Sie mir das. Alles hat seinen Preis.